Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum zweiten Spieltag der Football Bros League und zwar haben wir den ersten FC Union in Berlin, den ersten Spieltag haben wir bei Nils gespielt und bei mir kam kein Video zu dem ersten Spieltag, er hat gestreamt und den Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung wenn es noch online ist, da haben wir nämlich 8 zu 1 gewonnen und heute spielen wir gegen hartekneteTV mit Zirko G München und wie gesagt, wir haben in den ersten FC Union in Berlin, im ersten Spieltag haben wir 8 zu 1 gewonnen wer am ersten Spieltag gespielt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben wir 8 zu 1 gewonnen und heute spielen wir gegen ihn und es wird auf jeden Fall nicht leicht denn ich habe schon sehr viele Spiele gegen ihn gespielt und ich tue mich meistens immer sehr schwer gegen ihn es sind immer spannende Spiele, harte Spiele und schwitzige Spiele, muss man auch dazu gesagt haben aber auf jeden Fall, das ist heute der Ablauf heute auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich gerne eine positive Bewertung freuen und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren denn jetzt schließe ich gerade der Weihnachtskalender und wir haben heute den dritten Tag und ja, was soll ich einfach so sagen, wir haben ja morgen kommt ein Sprint to Disaster das kann ich euch mal schon mal sagen, fahr ein Fahrrad, erfahrt ihr morgen und da würde ich mal sagen, gehen wir rein ins Video, geließe das Spiel und da würde ich sagen, viel Spaß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.